Prinz Williams Bruder Prinz Harry hat vor der angeblichen Eifersucht von König Charles gewarnt, nun haben Freunde der königlichen Familie den Prinzen von Wales gewarnt, dies zu vermeiden. Freunde der Familie haben Prinz William gewarnt, die angebliche Eifersuchtswelle von König Charles nicht auszulösen, worüber Prinz Harry berichten zufolge in seinem Alleskönner Spare geschrieben hat. Die Warnungen kamen, nachdem Prinz William offenbar den Ansatz der königlichen Familie in Sachen Wohltätigkeit kritisierte und andeutete, dass er gerne noch einen Schritt weiter gehen würde. Während seiner Rede in Singapur sagte der Prinz von Wales, es sind all diese umfassenden Dienstleistungen, die tiefer und länger gehen, als wenn man einfach nur eine Menge Ursachen hat, die man aufdeckt und im Auge behält. Doch ein Insider warnte William, er müsse, aufpassen, dass er das grünäugige Monster nicht weckt, und bezog sich dabei auf die Eifersucht von König Charles. Im Gespräch mit The Daily Beast fügte der Freund des Königs hinzu, William hat das Recht, diese Kommentare abzugeben, die, ehrlich gesagt, ziemlich unauffällig sind, aber ein Grund dafür, dass die Ehe mit Carmilla so gut geklappt hat, ist, dass sie versteht, dass Charles es tut. Der Stern William muss aufpassen, dass er das grünäugige Monster nicht weckt. Prinzessin Diana nannte in ihrem berühmten Panorama-Interview Charles, Eifersucht als Knackpunkt zwischen ihr und dem damals zukünftigen König. Auch Prinz Harry wiederholte diese Meinung in seinen Memoaren, Spare. Prinz Harry schrieb, Pa und Carmilla mochten es nicht, dass Willi und Kate die Aufmerksamkeit von ihnen oder ihren Anliegen ablenkten. Sie hatten Willi oft offen deswegen gescholten. Der Herzog von Sussex sprach von einem Besuch von Kate, Prinzessin von Wales, in einem Tennisclub am selben Tag, an dem König Charles eine Verlobung hatte, wobei ein Pressesprecher angeblich nicht zulassen wollte, dass Prinzessin Kate mit einem Schläger fotografiert wird. Der Herzog von